Hallo, mein Name ist Shaban Ünlü und ich bin Consultant, Trainer und Dozent rund um die AngularJS-Welt. Ich habe seit der Veröffentlichung von Googles Framework gemeinsam mit meinem Team viele AngularJS-Projekte realisiert. Dazu gehören unter anderem E-Learning-Portale sowie mobile Anwendungen und ich freue mich sehr, euch nun in die benutzergetriebene Welt der Applikationsentwicklung mit AngularJS zu begleiten. In meinem Videotraining werde ich euch die Verwendung von Routen und die Erstellung von Direktiven und Filtern näher bringen. Anschließend seid ihr in der Lage, euer eigenes Applikationsframework zu erstellen, das ereignisgetrieben gesteuert ist und bereichert werden eure Anwendungen durch Animationen, dessen Erstellung und Philosophie ich in diesem Videotraining erläutere. Außerdem spreche ich das Thema Barrierefreiheit an, das die behindertengerechte Nutzung von Anwendungen über Screenreader ermöglicht. Wenn bereits erste Erfahrungen mit AngularJS vorhanden sind und die datengetriebene Arbeit mit AngularJS kein Framework mehr ist, dann lernt ihr mit diesem Videotraining professionelle Views und Komponenten zu erzeugen, die eine schnelle und vor allem zukunftssichere und professionelle Erstellung von Anwendungen ermöglicht. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017